So Freunde, willkommen zurück zu GTA 5 und da wir ja eh wieder nie wieder glaube ich mal dort zurück gehen werden, also hier in diesem Wüstengebiet da, habe ich mir gedacht wir machen jetzt die Kletos und Minuteman Mission und schließen das so gesehen dann ab, damit wir dann in Ruhe dann in LS weitermachen können, also in Los Santos und dass wir dort dann auch wirklich weitermachen können. Ich habe auch gesehen, dass da eine Randale ist, das heißt wir machen einfach diesen kompletten Part nur voller Nebenparts, eine Nebenmission eigentlich so ungefähr und dann machen wir im nächsten Part dann die Story weiter. Wahrscheinlich, ich weiß nicht ob ich dann trotzdem noch die Mission mache, aber eigentlich, ne ich denke eher weniger, weil wir ziemlich weit, erstens weil wir weit fahren müssen, wir müssen ja jetzt erstmal zu Kletos fahren, das dauert ja ungefähr 5 Kilometer und dann gehen wir zum Nigel und machen die Randale, ja gut, lassen wir es sein, lassen wir es ein Nebenpart sein, so ungefähr und ja, dann machen wir erst mal die ganze Mission. So. Wo ist eigentlich Minuteman? Wo ist der Typ eigentlich? Wo sind die Typen? Ich würde dich gerne wieder mal treffen, so für eine neue Mission und so. Wir haben jetzt zwei Missionen von Minuteman gemacht, ich glaube es gibt nur zwei Missionen von Kletos. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bin mir gar nicht sicher, wie viel es von Minuteman gibt. Äh, glaube auch nur so 3, 4 oder sowas ungefähr, im Schnitt. Nigel gibt es eigentlich auch nicht mehr viel. Da müssen wir es eigentlich schon haben. Hoffe ich zumindest, ne? Gut. Die Randalen müssten dann auch langsam mal aufhören. Ich glaube, so viele Leute hasst Trevor jetzt auch nicht. Und. Oh Gott, jetzt geht es erst los. Jetzt geht die Scheißstraße los. Oh Gott, wie kann man nur solche Scheißstraßen bauen? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich, nix, Chinese. Ich. Ich. Typ. Besitzer von. Oh, wie hieß das? Wie hieß denn dieses Ding? Weiß gar nicht mehr. Cityfuck. Genau, ich bin Besitzer von Cityfuck. So ein Spaß, die alte der Chinese. Kenntet ihr den von South Park? So, Freunde. Wir sind gleich da. Ungefähr im Schnitt noch ein bisschen müssen wir noch fahren. Ein Kilometer ungefähr noch. 1,5 Kilometer, denke ich mal. Chilliard, Mount Chilliard. Wir sind auf dem Mount Chilliard. Der größte Berg, soweit ich weiß, in diesem Spiel. Oh, shit. Nein! Nein! Fuck! Also, ich glaube, wir sind jetzt, sind wir näher in der Stadt oder sind wir weiter weg? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müssten wir noch den Wegpunkt haben. Oh, wir müssten gleich spawnen. Alter, ich habe 5.000 Geld. Verliere ich bestimmt jetzt gleich wieder. 5.000 Euro. Oder was weiß ich, was das für eine Werbung ist. Geiler grüner Tee, ey. Beste Trinken, ey. Mit Zitronen und Kaktusfeigen Geschmack. Hört sich vielleicht eklig an, aber ist saugeil zusammen. Ist einfach das beste Getränk. So, ähm. Gibt es hier noch was? Halt's Maul. Äh, irgendwie ist Minute Man weg. Warum ist Minute Man weg? Hä? Das habe ich jetzt falsch gemacht. Minute Man ist weg. Aber wir sind gleich in der Nähe von Kletos. Das heißt, es hat uns noch näher gebracht. Ja, gut, gut, gut. Oh, wo ist Minute Man hin? I don't know what you are talking about. Ja, M ist wieder da. Wir sind ja gleich hier bei Minute Man. Also machen wir das erstmal. Gut, da fahren wir jetzt erstmal dorthin. Wir sind ja eh daran vorbeigefahren. So, bevor die wieder verschwinden oder sowas. Gehen wir jetzt einfach mal hin. Kletos bleibt ja noch dort. Oh, ein zufälliges Ereignis. Ah. Sorry, man. Ich nehme diesen Ding mit. Geil. Seht ihr das jetzt als Statistik? Ich bin mir gar nicht sicher. Müsste eigentlich. Ja, okay. Wir müssen erstmal die Bullen abschütteln. Jetzt müssen wir ja nicht so langsam fliegen können. Beste. Boom. Wir sind eben nicht im Sichtbereich. Wir sind dafür aber richtig geil. Na, jetzt müssen wir wieder irgendwie hochkommen. Wie kommen wir wieder hoch? Scheiße. Wie komme ich da hoch? Okay, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Ich klappe. So, komm hoch. Wir müssen dann eigentlich auch gleich dort bei Minutemen sein. Wenn wir wieder hochkommen sollten. Ist eigentlich gar kein Ding. Okay, ich sehe hier schon was. Okay, wir können da hoch. Ohne Probleme. Ist ja perfekt gemacht hier. Und dann kommen wir auch gleich zu M. War das ein zufälliges Ereignis? Ich glaube mal schon, oder? Ja, es zählt als sechstes zufälliges Ereignis. Wir haben hier eine, so gesehen eine Aktentasche ausgeraubt. Voller Geld wahrscheinlich. Oder die ist einfach sehr viel wert. Das ist einfach. Ich dachte, sie haben dich verraten. Warum hast du Angst? Oh, ich bin nicht. Sondern sie haben mir ein paar Geld. Das muss gut sein. Was ein stolzer Patriot du bist. Also, wenn sie dich ausküren? Sie können mich ausküren, schlusser Mann. Warum nicht? Meine Familie hat hier 200 Jahre. Ich bin mehr Amerikaner als du. Nicht dass es nichts zu schrauben. Aber ich bin sorry. Oder am besten du hast getestet. Ja, schau nicht alles wirklich. Jeder kann einen Fehler machen. Vielleicht wollen du mich jetzt tönt. Ja, vielleicht, alter Mann. Vielleicht nicht. Du und deinen Zivil-Border-Protthold-Frienden sind alles gleich. Egal, blöds, versuchen, zu beschädigen etwas, das nicht sogar da sind. Sie sind nicht meine Freunde. Ich habe genug Zeit mit ihnen. Ich spende viel Zeit mit fucking Leuten, die ich nicht mag, okay? Das ist ein meiner Lieblings-Hobbys. Ich bin ein Fahrrad-Patroll, Mann! Fuck you! Du willst du fucking sterben? Du kannst mich nicht schrauben. Du hast meine Familie einen großen Geld. Was? Mein Land ist noch nicht sicher. Das ist nicht meine Schuld. Du bist so beschäftigt. Klinge es für mich. Deine Wahl. Und nein. Ich werde dir nicht einen Cent geben. Erledige Joe und Josef. Oh, Mann. Das ist wahrscheinlich die letzte Mission dann von Minute Man. Oh Gott. Jetzt müssen wir die töten. Aber die haben es auch verdient irgendwie. Weil, guck mal, was die da gemacht haben. Oh, fucking Civil Border Patrol. Ich würde die unauffällig töten. Was sagt ihr? Hey, Josef! Why don't you try that on me? Oh, stirb! Pisser! Pisser! Oh, you just made this real easy for me! Ich muss ihn irgendwie nur noch folgen. Scheiße! Der haut ab! Ich bin in seiner Nähe. Ich bin in seiner Nähe. Der wollte es sich ja so schwer machen. Ich bin in seiner Nähe. Oh, Herr. Ich bin in seiner Nähe. Ich bin in seiner Nähe. Tschüss! Haben wir geschafft. Der Patriotten Blues! Wir haben Minute Man auf jeden Fall geschafft. Das ist sicher. Ja, ja, ja. Das hab ich auf jeden Fall aus dem Weg geschafft. Ja, Minutemen gibt's nicht mehr. Haben wir beide getötet. Beverly haben auch getötet, das heißt, von den beiden ist es schon mal... Es kommt schon mal sicher nichts mehr. Kletos müsste, glaube ich, auch nichts mehr kommen danach. Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, what's up. Wer ist das? Es ist mir. Ich sollte nicht haben. Patricia! Frau Madrazo! Hey! Bist du schaffst, Trevor? Ja, sicher. Trisha, ich miss dich wirklich. Ein Zeit zusammen. Sehr wichtig. Ich muss gehen. Der Trevor hat sogar ein Foto. Wenn du eine gestolten Gegendstatt bekommst, kannst du ihn entweder behalten oder gegen eine Belohnung zurückgeben. Naja, ich bin ein guter Mensch und gebe diese Tasche natürlich auch wieder zurück. Wir haben keine Waffe benutzt. Ihr habt keine Beweise. Wir geben einfach die Tasche zurück. Naja, wir haben zwar nicht alles wieder zurückbekommen, aber wir haben eine gute Tat wohlbracht. Halt's Maul, gibt man das scheiß Geld. Nee. So. Gut. Wir, ähm... Gehen jetzt zu Kletos, meine Freunde. Und legen wir uns mal mit ein paar Tieren an. Weil wir jetzt auf Jagd gehen, soweit ich weiß. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich viel erreicht. Zwei zufällige Ereignisse in diesem Part haben wir. Und eine Minuteman-Mission. Jetzt kommt noch Kletos und wir fahren dann noch zurück zu LS. Wegen Randale und so weiter. Und, äh... Ach ja, es wird auf jeden Fall noch ziemlich viel Nebenmission gemacht. Was geht, Bro? Sorry, man! Komm her! Kann ich den da nicht töten? Ist der jetzt tot? Der ist nie im Leben jetzt tot, oder? Äh... Ey, hoffen wir nicht. Naja, scheiß drauf. Ich wechsle jetzt zu Franklin. Vielleicht machen wir jetzt irgendwie eine Dom-Mission oder sowas. Der ist in LS. Hey, halle mir ja auf, Peace! So, N-Mission haben wir auf jeden Fall noch. Ja, 10-Mission ist wieder da, okay. Gut! Dann let's go! Du bist jetzt nicht irgendwo abgehauen, oder? Perfekt. Perfekt. Oh, Gott! Das stimmt. Gut, wir folgen jetzt Kletos. Das ist das Ding in meinem Kopf. Und warum habe ich das Gefühl, ich bin nicht die erste Person, die es benutzen? Ich werde das in einem Moment erklären. Wir beginnen mit den Basiken für heute. Elk senses sind sehr stark. Wenn sie dich sehen oder hören, sie werden sie spüren. Und sie werden beide. Du musst langsam und ruhig und halten. Aber ein Elk's Nose ist wie groß wie die Gefängnis. Wenn du an Elk schraubst, du immer musst, die Wind-Direktion zu sehen. Wenn du nicht auf dem Wind-Direkt, sie werden deine Sente abgehauen, und werden sie weggekommen, bevor du sagst, mit dem, äh, musk von dir. Ich spreche Pott und Kettel an das, mein Freund. All right. Das ist eine prime Area hier. Du fühlst dich bereit, Trevor? Rarren zu gehen. Okay, wir sehen uns, ob wir uns einen Elk selbst haben. Ich habe ein junger Bull benutzt den Baum-Direkt und seine Antlers an, nicht zehn Minuten vorhin. Fass mich. Ich werde uns auf den Wind-Direkt damit wir nicht spüren. Geh, sie unten. Was da? Jetzt seh ich ihn auch. Wo ist er genau? Ins Herz. Zauberer Sache. Okay. Okay, dann gehen wir halt in den Schleichmodus und folgen ihm mal. Okay. Okay, ich kann G immer noch drücken. Da ist er. Perfekt. Getötet. Getötet. Oh, das ist ein Riesengebiet jetzt. Das heißt, wir sollen die ohne Geweih in Ruhe lassen. Ja, es sind zwei. Es sind zwei. Eins davon ist wahrscheinlich ohne Geweih. Die mit dem Geweih. Da ist auf jeden Fall eins. Das ist ein Riesengebiet. Das ist ein Riesengebiet. Das ist ein Riesengebiet. Das ist ein Riesengebiet. Ich weiß nicht, wie wir das zusammenkommen können. Texte mir, pick your next kill, und wir sprechen business. Ich muss gehen. Gut, dass ich dich schaffe. Ich werde dir nach einem Geweih. Okay. Ich werde dich schaffe. Ich werde dich schaffe. Okay, wo ist genau, wo ist die? Wo ist der Wapiti jetzt genau? Hallo, wie wäre es mit einer Antwort, bitte? Hallo. Wapiti. Aha. Perfekt. Nähe dich dem Wapiti-Kadaver. Okay. Fotografiere den Kadaver. So. Seht das gut aus? Ja, Fotos senden. Das schickt mir jetzt. Kletos. Ja, schreib mal zurück, Pisser. Klasse, hab ein GPS-Signal und alles. Ich schätze, das könnte klappen. Rufe dich jetzt an. Okay, mach mal. Got the photo. Another nice kill. So, this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth. And come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. Okay, ähm, dann gehen wir halt auf die Jagd. Nur Trevor kann jetzt bei hier gehen. Gibt's dann eigentlich noch etwas dazu? Jagen. Wir alleine können da nur jagen gehen. Okay. Also Trevor ist wörtlich ein Jäger und Sammler. Okay, der ist eigentlich nur Jäger. Hello, Buttletail. So, komm her. Gib her. Gib mal das Auto hier. Und wir gehen da hin. So, dann let's go. Wir gehen jetzt jagen. Und, äh, was machen wir genau beim Jagen? Wir werden unsere Gebäude fotografieren, glaube ich mal. Und es dann Kleto schicken. Ich, 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 ich kenn das gar nicht mehr. Ich hab das nie gemacht. Das heißt, wenn wir das jetzt wirklich machen, und ich weiß jetzt nicht, was da passiert. Das meine ich damit. Ich bin nie jagen gegangen. Ich bin selber gespannt, was da jetzt passiert. Und was man eigentlich so großartig macht beim Jagen. Äh, was ist das denn? Ein zufälliges Ereignis oder was? Anscheinend schon. Okay, nehm ich mal mit. Alter, verdammt geiles Money. Das war auch ein zufälliges Ereignis, oder? Ähm. Ne. Anscheinend nicht wirklich. Oder? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Hälfte geschafft. Und können jetzt jagen gehen. Was wollt'n ihr? Jetzt war's ein zufälliges Ereignis. Äh, fünf Uhr, neunzehn Uhr vorbei. Wie floren wir denn jetzt? Ich hab' keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Warte, sieht man das? Ah, hier. What the? Zwei Uhr, 16, 17. Es geht langsam. Naja, jetzt schauen wir trotzdem mal auf die E-Mails so mal rein. Na, nicht so wichtig. Naja. Da wechseln wir halt zu Franklin. Aber wir gehen auf jeden Fall jagen. Das ist schon mal Fakt. Ich will auf jeden Fall jagen gehen. Was mach' ich jetzt mit Franklin? Dom-Mission? Ah, was hast du da? Ah, Franklin, du... Beißerchen. So, Dom. Soweit ich weiß, brauchen wir für den... Flugzeug, glaub' ich. Und ein Helikopter oder sowas. Oh, was los? Alter! 60.000, Junge. Alter, böse. Böse. Das war die Mafioso-Tochter, oder? Glaub' ich mal. Alter, dankeschön. Verdammt viel Money, man. So, dann sind wir gleich bei Dom. Fuck! Alter, das hat sich gelohnt. Also, die zufälligen Ereignisse lohnen sich schon eigentlich wirklich. Also, ich würde die schon machen. Die lohnen sich auch ziemlich oft. Weil meistens bekommt man das sauvie Geld zustande. Also, ganz wirklich. 60.000, das ist nicht wenig. So viel haben wir nicht mal für eine Attentat-Mission bekommen. Und ich musste die nur irgendwie ein bisschen retten, kurz. Hat fünf Minuten gedauert, oder so. Also, nicht sehr lange. Verdammt nice, man. Also, ich hab' das Spiel jetzt zwar dreimal durchgespielt, aber anscheinend immer noch nicht alles entdeckt. Weil solche zufälligen Ereignisse hab' ich nie gemacht. Wirklich nie. Und das ist schon wieder was Cooles. Das find' ich cool. Dass da immer noch irgendwas Neues da kommt. Das find' ich cool an dem Spiel. So, an sich hab' ich das Jagen ja auch nicht gemacht. Verloren wir... 3,29. Alles klar. Der Typ ist unten, glaub' ich, oder? Hi, hier ist er. Ich bin einfach runtergesprungen. Ja, was der Typ ist hier? Nichts. Okay, ein bisschen was, das wird mir helfen, um die Mädchen auszübigen. Das 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 ist ja immer der Typ überhaupt, man. Das Mädchen auszübigen. Was? Warum fliegen wir da rein? So ein Trottel, Alter. Oh Gott, oh man. Ist das nicht der größte Hard-On? Wooh! Das Bronco, Baby! Hey Mann, ich hatte den Barsch der Barsch. Das Barsch war sehr intensiv. Ha ha! Barsch nach hinten und vorne, eh? Well, check me out! Angry Hawk in Sideslide! Oh, come on! Das ist Females, Mann. Phobies! Ja, ich kann sehen, dass du ein echtes Fisch mit den Frauen, Mann. Du, du hast keine Ahnung. Du solltest mich online sehen. Ich bin ein Turd, Mann. Mann, du sagst ihn, nicht ich. Verdammt, ich will da landen jetzt. Perfekt. Du fühlst das? Lightning Bolt! Ja! Du bist alive! Du weißt, wie es fühlt. Ha 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 ha! Mann, ich weiß, wie es fühlt, um einen ATV aus einem verdammten Flugzeug zu fahren. Man, wie muss diese Scheiße dir per Sekunde kosten? Das ist relativ, Mann. Wie lange dauerte es mir, die Barsch zu verdienen? Hör, du gehst durch die Dronen. Ich bin auf der Maze-Bank-Bildung mit den höheren Menschen. Dominator, weg! So ein Trottel, Alter! Weißt du das schon? Liquidität! Liquiditätsrisiko! Wieder mit so einem Fremdwort hier am Start. So, wir haben 5.10 Uhr. Wir können ja nicht zu Travel wechseln. Ich hoffe, der ist noch dort. Anscheinend nicht. Oder? Der ist noch dort. Gut, dann speichere ich erstmal schnell. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 51 Prozent. Okay. E, um zu jagen. E, um das Jagen zu wenden. Mach Fotos von der erledigten Barbitis und sende sie an Kletos, um Geld zu verdienen, Punkte zu halten und Herausforderungen freizuschalten. Achso, das ist... Sonst ist es nicht wichtig, oder was? Nur so als kleiner Nebenverdienst. Warte, ich sehe hier jemanden. Nein, ich will das Scharfschützengewehr benutzen. Hey, you. Sorry, bro. Okay, wir nähern uns den Kadaver. Ich weiß, dass es eine weibliche war. Aber wir machen trotzdem ein Foto davon. Fotos senden. Null Punkte. Ah. Genau. Wir dürfen keine Wappite-Kühe töten. Hier bist du. Genau. Wir dürfen keine Wappite-Kühe töten. Was für Herausforderungen. Ich will das Viecher nicht mal töten. Da ist eins mit Geweih. Oh, perfekt. Beide getötet. Perfekt. Das kann man auf jeden Fall ein Foto drauf machen. So. Perfekt. Hier, bitteschön, für Kledos. Damit der uns ein bisschen Geld gibt. Was war das eigentlich? Nicht gerade ein guter Abschluss. Aber bringt sich ja trotzdem noch was ein. Dein Anteil ist 50 Euro. So. Okay. Foto senden. Kledos. Was? Scheiße. Verschrecktes Wild erlegt. Aber ist doch eigentlich egal, oder? Denke ich mal. So. Das ist perfekt auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Das ist sehr gut. Das muss aber sehr gut sein eigentlich. So. Fotos senden. Hier, bitteschön, Kledos. Okay. Hals getroffen. Sieben Punkte. Was? Scheiße. Was war das denn? Ein Löwenkind. Hahaha. Nicht witzig. Oh Gott. Das war ein Löwenkind. Was ne Scheiße. Die solltest du erst recht töten, Trevor. Naja, naja. Was? So lässt sich ja nichts bewegen. What the fuck? Scheiß auf die Jagd, man. Sollten so niggel gehen. Man. Ja, ist viel zu weit, man. Also, ich glaub, der Part ist ziemlich lang. Und das reicht auch. Das war's für GTA 5 für heute. Wir haben ziemlich viel erreicht. Wir sind jagen gegangen. Wir sind nochmal jagen gegangen. Und wir sind... Ne, wir haben Minutemen. Wir sind ja nochmal jagen gegangen. Das heißt, wir sind nur jagen gegangen in dem Part. Weil wir ja auch Josef und Joe gejagt sind. Und dann haben wir noch ein paar zufällige Ereignisse gemacht. Willst du aufs Maul, hä? Bam. Bam. Pisser. Schnauze. So, tschüss Freunde. Wir sehen uns echt im nächsten Part hier wieder. Tschüss. Vielen Dank.